Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Goldsheim. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 80 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1500 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.